Ich bin Mert Öztürk und torne. Ich bin Teil des Team Deutschlands und trete bei nationalen Wettkämpfen für den VfL Zebendorf an. Torne ist meine Leidenschaft, weil es an jedem Gerät ein bisschen anders ist. Es ist sehr vielfältig und es wird einem nie langweilig. Mein Lieblingsgerät ist das Rack, weil mir das am besten liegt und es mir auch am meisten Spaß macht. Letztes Jahr habe ich im Mixteam bei EOF eine Säuermedaille gewonnen. Dieses Jahr war ich noch bei den Jugend-Europameisterschaften in Remini und sind im Team in den Top Ten gelandet. Mein Traum ist, 2028 bei den Olympischen Spielen mitzumachen. Än talking, um codeバイkt. Säuermedaille